Was macht einen guten Arzt in Corona-Zeiten aus? Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Dr. Janusz Hegedüsch und wir beschäftigen uns heute mit diesem Thema. Es stimmt, wir berichten vor allem über die Negativbeispiele in diesen Zeiten, über die einzelnen Persönlichkeiten, die unser aller Leben schwer machen und gegen die man wenigstens im Kleinen vorgehen muss. Aber jetzt stecken wir mitten in der schlimmsten Corona-Welle, die wir bisher hatten. Da erreichte uns die Mail eines Kollegen, der anfragte, ob wir nicht auch einmal über die positiven Dinge sprechen könnten. Dass nicht vergessen wird, welche herausragende Leistungen jeden Tag von zig Medizinern erbracht werden. Und das brachte uns zur Frage, was macht eigentlich einen guten Arzt in Corona-Zeiten aus? Diese grundsätzliche Frage ohne den Corona-Zusatz wird sich jeder einzelne Arzt mindestens einmal im Leben gestellt haben. Es steht fest, dass man nicht einfach nur studiert haben muss, um ein guter Arzt zu sein. Das ist kein neues Thema. Dazu gibt es Abhandlungen, Umfragen und zig persönliche Meinungen. Aber vielleicht ist es gerade in dieser schwierigen Situation die richtige Zeit, nochmal darüber nachzudenken, vielleicht eben auch explizit auf die jetzige Lage bezogen. Bevor wir unseren Senf dazugeben, wollten wir fragen, was ihr dazu sagt. Wir haben eine Umfrage gestartet und das kam raus. 653 Menschen stimmten ab und die Ergebnisse bestätigten genau das, was wir vermutet haben. Gute Kommunikationsfähigkeit und Empathie sind absolut entscheidend. Zugegeben, die Tatsache, dass fachliche Kompetenz nur 17% bekommen hat, hat uns gewundert. Die meisten Antworten kommen sicherlich von euch, Zuschauern dieses Kanals. Wir haben gedacht, dass dieser Punkt für euch überdurchschnittlich wichtig sein wird. Die meisten von euch wollen die politische Meinung des Arztes nicht hören. 17% wünschen dennoch ganz explizit, dass der Arzt des Vertrauens sich aktiv mit politischen Aspekten beschäftigt. Die meisten von euch verstehen aber darunter keine politische Agitation, sondern eher eine gesundheitspolitische Kompetenz. Auch interessant, was man findet, wenn man Google fragt, was einen guten Arzt ausmachen würde. Es gibt unzählige Checklisten, die Patienten helfen sollten, gute Ärzte zu erkennen. Die Listen sind unterschiedlich, subjektiv und manchmal unglaublich lang. Manche rennen mit ähnlichen Listen auch beim Hauskauf rum. Sie können manchmal vielleicht vor groben Fehlern tatsächlich retten, aber sie sind unserer Meinung nach nicht die richtige Lösung. Allenfalls eine Orientierungshilfe. 2018 erschien in der Wiener Medizinischen Wochenschrift eine Übersichtsarbeit, die sechs Kategorien unterscheidet, die einen guten Arzt ausmachen. Allgemeine zwischenmenschliche Qualitäten, etwa Höflichkeit, Empathie oder auch Gelassenheit. Kommunikation und Patientenbeteiligung, wie aufmerksames Zuhören und Verständliches erklären. Medizinische Kompetenz, Moral, wie etwa Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, aber auch Selbstreflexion. Medizinisches Management, dazu wurden unter anderem Intelligenz, Organisationsvermögen, Führungsqualitäten, Respekt oder auch eigenes Auftreten gezählt. Lehre, Forschung und Weiterbildung. Die Autoren fanden zudem heraus, dass Ärzte eher den Schwerpunkt auf medizinische Qualifikation legen, Patienten dagegen die Kommunikation für besonders wichtig halten. In diesen Zeiten wollen wir die Frage aber noch weiter abwandeln. Warum muss man als guter Arzt in Corona-Zeiten impfen? Denn um es auf die Spitze zu treiben, das ist die Kernfrage im Moment, wenn man alle Graustufen weglässt und nur in Schwarz und Weiß denkt. Und das ist längst keine rein medizinische Frage mehr, das ist vielmehr eine ethische geworden. Wir stehen vor der bitteren Erkenntnis, mit Freiwilligkeit kommen wir nicht zum Ziel. Wir hofften zwar, dass Einsicht und Vernunft letztendlich doch über Misstrauen und Zweifel siegen würden, aber man hätte auch spekulieren können, dass es so nicht klappen wird. Was gäbe es noch? Anreize schaffen, Belohnungen, das würde aus psychologischer Sicht Sinn machen. Wir scheinen aber auch aus Zeitgründen eher den Weg der Verpflichtung gehen zu müssen. Corona stellt uns alle vor Herausforderungen. Fachlich, weil wir das Virus erst kennenlernen mussten, beziehungsweise immer noch kennenlernen, und wir denken, dass es damit nicht allein getan ist. Viele Kollegen, uns eingeschlossen, haben das doch etwas unterschätzt. Denn die bloße Wissenschaft reicht heutzutage nicht mehr aus. Den Menschen das Ausmaß der Pandemie begreiflich zu machen, sie dort abzuholen, wo sie sich, was Kenntnisstand und emotionale Komponente angeht, befinden, und sie damit davon zu überzeugen, dass die Medizin und meist auch die Politik das Richtige tun, das ist die vielleicht noch viel größere Herausforderung. Was möchte der Patient in der heutigen Zeit? Möchte er einen verständnisvollen Arzt, der sich so viel Zeit pro Patient nimmt, dass er keine neuen mehr aufnehmen kann und keine Zeit für sich und seine Familie mehr hat? Möchte er den Arzt, der eine feste Meinung hat und mit dem Patienten nicht diskutiert, ihm dafür aber vielleicht Sicherheit vermittelt? Möchte der Patient von heute wirklich alles wissen und über alles aufgeklärt werden, oder kann der Leier mit diesen Informationen doch nicht so viel anfangen und wird davon überfordert? Sollte der Arzt den Patienten lenken oder ihn nur medizinisch behandeln und ihn sonst seines Weges gehen lassen? Wie kann der Arzt Vertrauen aufbauen oder ist das gar nicht mehr gewünscht? Sollte der Arzt ersetzt werden, ist der Beruf des Arztes nicht mehr up-to-date und sollte lieber durch eine Art Gesundheitsberater, Coach oder Heilpraktiker ersetzt werden? Der Arzt befindet sich im Spannungsfeld zwischen eigenen, moralischen, ärztlichen und wirtschaftlichen Interessen, aber auch zwischen den Ansprüchen von Patienten, Kollegen, Krankenkassen, eventuell Angestellten. Er soll unfehlbar und allwissend sein und muss auf jeden Fall immer Demut zeigen. Er soll aus purer Menschenliebe getrieben sein, immer höflich und freundlich bleiben, auch wenn er bedroht oder beschimpft wird. Zugleich ist er aber auch Dienstleister geworden, Vorgesetzter, Angestellter und immer wirtschaftlichen Zwängen unterlegen. Und er hat nie Zeit. Dieser Zeitfaktor ist vielleicht einer der ganz entscheidenden Punkte. Nur mit Zeit kann man fachlich gut sein und nur mit Zeit kann man Vertrauen gewinnen. Unser Gesundheitswesen war vor der Corona-Pandemie schon gut ausgelastet. Schon da fehlte an vielen Stellen ausreichende Zeit. Jetzt ist es noch schlimmer geworden. Jetzt geht es fast nur noch um Corona. Die anderen Probleme geraten noch weiter in den Hintergrund. Das Vertrauen schwindet möglicherweise weiter. Wohl schon in den Jahren vor der Pandemie war die Zufriedenheit mit dem deutschen Gesundheitswesen angekratzt. Laut der Online-Panel-Befragung Healthcare Barometer 2020 der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC unter 1.000 Deutschen waren zwei von drei Befragten unzufrieden mit der ärztlichen Behandlung. 40% der Befragten kritisierten, dass sich ihr Arzt nicht genug Zeit für sie nehme. 19% fühlten sich nicht ernst genommen. Allerdings zeigte sich in den folgenden Befragungen während der Corona-Pandemie eine neue Wertschätzung des Gesundheitssystems. Der Anteil der Befragten, die mit ihren ärztlichen Behandlungen zufrieden waren, stieg auf über 40%. Mit der Versorgung in Krankenhäusern sind 72% der Befragten zufrieden. Immerhin 35% der Befragten und damit etwa doppelt so viele wie ein Jahr zuvor sehen Pharmaunternehmen mittlerweile als Innovatoren und nicht nur als Gewinnmaximierer. Auch verzeichnete die telefonische Befragung von 6193 Versicherten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung aus dem Frühjahr diesen Jahres konstant positive Rückmeldungen, auch im Vergleich zu den Vorjahren. 90% der Befragten gaben ein gutes bis sehr gutes Vertrauensverhältnis zu ihrem Arzt an. 91% attestierten dem zuletzt besuchten Arzt gute bis sehr gute Arbeit. Von den 16% der Befragten, die mit ihrem Hausarzt über eine Corona-Impfung gesprochen hatten, fanden 54% das Gespräch hilfreich, 42% dagegen nicht, wobei dort wohl meist schon die Entscheidung getroffen worden war. 59% der Befragten, die noch nicht mit dem Hausarzt darüber gesprochen hatten, hielten so ein Gespräch für weniger oder gar nicht wichtig. Laut Gesundheitsmonitor des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller von Oktober 2021 ist für 63,5% der 1.000 Befragten die Gesundheitspolitik durch die Pandemie wichtiger geworden. Nur 2,7% gaben an, dass die Gesundheitspolitik an Relevanz verloren hätte. Interessant auch der Stada Health Report 2021. In Deutschland stieg der Zuspruch für das Gesundheitssystem von 80 auf 82% im Vergleich zum Vorjahr. 79% gaben an, dass den Ärzten zusammen mit dem Pflegepersonal der größte Dank für ihren Einsatz im Kampf gegen Corona-Gebühre. Allerdings glaubten nur 55% der Befragten Wissenschaftlern, wenn es um Gesundheitsthemen geht. Wir haben euch auch gefragt und waren gespannt, ob eure Antworten sich mit den Ergebnissen in den zitierten Studien decken. Wir haben fast 900 Antworten bekommen. Vielen Dank dafür. 11% gaben an, dass sie super zufrieden wären. 64% waren zufrieden und nur 6% fanden alles schlimm. Wir haben auch 40 super interessante Kommentare bekommen, die wir hier aus Zeitgründen mindestens nicht in diesem Video besprechen werden, vielleicht in einem nächsten. Das absolut Wichtigste scheint Vertrauen zu sein. Vertrauen, dass das, was der Arzt sagt, seine Richtigkeit hat. Jeden Tag kämpft man als Arzt um das Vertrauen seiner Patienten. Das ist der Anspruch. Warum kommt ein Virus daher und kann diese Arzt-Patienten-Verbindung stören? Haben wir das Vertrauen unserer Patienten verspielt? Und wie können Andersdenkende in so einer verrückten und schlimmen Zeit das Vertrauen so leicht und unhinterfragt gewinnen? Das Problem mit der Medizin ist, dass man sie nicht gut kontrollieren kann. Prof. Dr. Urban Wiesing, Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Vorstandsmitglied des Internationalen Zentrums für Ethik in den Wissenschaften, Mitglied des Medical Ethics-Komitee des Weltärztebundes und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, schrieb in einem Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung in Anlehnung an eine Studie von 1980 von drei Asymmetrien zwischen der Macht des ärztlichen Berufs und der Kontrolle über den ärztlichen Beruf. Dieses Dilemma kann nur durch moralische Selbstverpflichtung und fachliche Qualität legitimiert werden. Prof. Dr. Wiesing schrieb dazu, Die allgemeine Moral und ein Berufsethos beruhen auf den gleichen moralischen Prinzipien, Sie können den Betroffenen jedoch durchaus unterschiedliches Verhalten vorschreiben. Dies lässt sich mit der weiterhin akzeptierten Forme erklären. Ärztliche Ethik ist keine besondere Ethik, sondern die Ethik für ein Handeln in besonderen Situationen. Für die ärztliche Ethik gibt es die Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte, in der sich die Regeln zur Berufsausübung finden. Sie beruht auf der Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes zu ethischen Grundsätzen für die medizinische Forschung am Menschen, die 1964 verabschiedet und mittlerweile mehrfach revidiert wurde. Die quasi aktuellere Version des Hippokratischen Eides, die Genfer Deklaration des Weltärztebundes, wurde der Berufsordnung vorangestellt. In der Präambel der deutschen Berufsordnung heißt es, Mit der Festlegung von Berufspflichten der Ärztinnen und Ärzte dient die Berufsordnung zugleich dem Ziel, das Vertrauen zwischen Ärztinnen und Ärzten und Patientinnen und Patienten zu erhalten und zu fördern. Die Qualität der ärztlichen Tätigkeit im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung sicherzustellen. Die Freiheit und das Ansehen des Arztberufes zu wahren. Berufswürdiges Verhalten zu fördern und berufsunwürdiges Verhalten zu verhindern. Zwar legt die Berufsordnung den allgemeinen Rahmen an moralischen Grundsätzen zur ärztlichen Berufsethik fest, doch bleiben viele Fragen des ärztlichen Alltags offen und der Interpretationsspielraum im Einzelfall kann groß sein. Generell sind sogenannte Prinzipien der Medizinethik bekannt und anerkannt. Schon 1979 sprachen Tom L. Bouchon und James F. Childress in ihrem Buch Principles of Biomedical Ethics von vier ethischen Prinzipien im Bereich der Biomedizin. Respekt der Autonomie des Patienten mit dem informierten Einverständnis, Schadensvermeidung, Fürsorge und Gerechtigkeit. Diese Prinzipien können praktisch dabei helfen, ethische Konflikte im ärztlichen Alltag zu identifizieren, zu strukturieren, die Konsensfindung zu unterstützen und für Transparenz zu sorgen. Das wurde 2002 aufgegriffen in der von mehreren amerikanischen und europäischen Gesellschaften erarbeiteten Charta zur ärztlichen Berufsethik. Medical Professionalism in the New Millennium. Darin heißt es, die ärztliche Berufsethik ist die Basis für den Kontrakt zwischen Medizin und Gesellschaft. Darin wird von drei grundlegenden Prinzipien gesprochen. Das Primat des Patientenwohls, das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, die soziale Gerechtigkeit. Als ärztliche Verantwortlichkeiten wurden genannt Verpflichtung zur fachlichen Kompetenz, Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit im Umgang mit Patienten, Verpflichtung zur Vertraulichkeit, Verpflichtung zur Pflege angemessener Beziehungen zum Patienten, Verpflichtung zur ständigen Qualitätsverbesserung, Verpflichtung zum Erhalt des Zugangs zu medizinischen Leistungen, Verpflichtung zur gerechten Verteilung begrenzter Mittel im Gesundheitswesen, Verpflichtung zur Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse, Verpflichtung zum angemessenen Verhalten bei Interessenkonflikten, Verpflichtung zur kollegialen Verantwortung. Zum Thema sprechen wir im folgenden Video übrigens mit Prof. Dr. Urban Wiesing. Um nochmal zum Impfen zurückzukommen. Interessant, dass im Rahmen der Online-Befragung von Forsa im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit von 3048 Ungeimpften im Herbst 2021 11% der Befragten angaben, sich deshalb bis zu dem Zeitpunkt nicht haben impfen lassen, weil ein Mediziner ihnen davon abgeraten habe. Und es geht ja nicht mal nur darum, dass Mediziner Patienten nicht impfen, sondern sie lassen sich ja nicht einmal selbst impfen. Der Deutsche Ethikrat hat es bereits im Rahmen der Debatte um die Masernimpfungen 2019 Stellung bezogen und verweist auch in seiner Stellungnahme zur Corona-Impfpflicht darauf. Aus Gründen des Gemeinschaftsschutzes kann deshalb zumindest ein starkes moralisches Gebot zur Impfung für solche Personen konstatiert werden, die beruflich ein erhöhtes Risiko tragen, sich zu infizieren und die Infektion an Dritte, insbesondere anfällige und besonders vulnerable Dritte weiterzugeben. Dies gilt umso mehr, als sie mit ihrer Berufswahl freiwillig eine erhöhte Verantwortung übernommen haben. Und weiter heißt es, gegenüber Ärztinnen und Ärzten, die öffentlich, insbesondere in sozialen Medien, Fehlinformationen über die Masernimpfung verbreiten, sind berufsrechtliche Sanktionen vorzusehen. Nun, die Hoffnung, dass das wirklich Konsequenzen hat, hat uns ja schon Herr Bodendieck genommen. Und außerdem sei ein Arzt, der sich weigere zu impfen, rein rechtlich gesehen im Recht, sagte Dr. Klaus Heckemann von der KV Sachsen gegenüber dem MDR. Ob das nun an ihrer Grundeinstellung, den Räumlichkeiten oder auch der Überforderung mit der Logistik liege, sei prinzipiell erstmal egal. Nun soll ab März nächsten Jahres eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gelten. Aber das führt jetzt zu weit. Wäre wieder ein ganz eigenes Thema. Auch ein eigenes Thema wäre, warum Ärzte nicht andersrum argumentieren und handeln dürfen. Ein Arzt aus Hannover möchte sich ab nächsten Jahres weigern, Ungeimpfte zu behandeln. Zum Schutz seiner Patienten. Medizinisch notwendige Behandlungen dürfen aber nicht verweigert werden. Auch nicht, wenn Patienten nicht geimpft sind oder sich nicht testen lassen wollen. Der Bundesmantelvertrag Ärzte nennt als Gründe für eine Nichtbehandlung lediglich, wenn das Arzt-Patienten-Vertrauen-Verhältnis gestört ist oder eine Überlastungssituation besteht. Zurück zur Frage, was einen guten Mediziner in Corona-Zeiten ausmacht und warum Mediziner eigentlich verpflichtet sind zu impfen. Fragen ohne eindeutige Antworten. Vielleicht braucht es die aber auch gar nicht. Vielleicht reichen diese Fragen und ein bisschen dieses kostbaren Gutes Zeit, um jeden zum Nachdenken anzuregen. Nun zu unserer Meinung. Grundsätzlich sollte sich ein Arzt in Corona-Zeiten so verhalten wie vorher auch schon. Ein Arzt sollte zunächst an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse glauben und sich daran orientieren verhalten. Dann sollte er auf empathische Art den Patienten über die aktuelle Lage aufklären und ihm alle Optionen offenlegen. Dabei sollte er unserer Meinung nach den Patienten zwar die endgültige Entscheidung überlassen, aber trotzdem im Hinblick auf die kollegiale Verantwortung versuchen, den Patienten zu lenken. Denn unserer Meinung nach hat ein Mediziner die fachliche und moralische Verpflichtung zu impfen. Dabei sollte er sich vor allem bei Erstkontakt Zeit nehmen. Nun kennen wir alle die Situationen, in denen man sich den Mund fusselig redet und es führt doch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Wir sind das sicherlich ohnehin schon gewöhnt, aber aktuell nimmt es Ausmaße an, die zumindest wir noch so nicht kannten. Deswegen müssen auch Ärzte ab einem gewissen Punkt dem Patienten neutral gegenübertreten und die Sache ruhen lassen, oder? Und das halten wir gerade auch in diesen Zeiten der Drohungen und Gewaltübergriffe gegen Ärzte für eine legitime Option, das Behandlungsverhältnis beenden. Wir müssen uns auch der Tatsache stellen, dass wir nicht jedem helfen können. Denn zu guter Letzt leidet auch die eigene Gesundheit unter dieser Ausnahmesituation. Wenn wir nicht wollen, dass weitere Menschen das Gesundheitssystem nach der Pandemie verlassen, dann müssen wir uns auch um die Gesundheit der in diesem Sektor Arbeitenden sorgen. Und all den wirklich Kranken da draußen kann nur gut geholfen werden, wenn die Behandelnden selbst auch gesund sind und in sich wohnen, keine Angst haben müssen und sich wohl im Job fühlen. Und glücklicherweise haben wir davon noch genug. Und denen gebührt unser Dank und unser Respekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder.